Moin sind sie und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich hier mal wieder bei Max und ich entdecke die Vorteile eines Handys, was flach ist. Wenn man sonst so die Handys hat, die so richtig fest sind, solche Steine, dann weiß man ja Bescheid. So, ich sollte für den lieben Nick ein Ankündigungsvideo machen und zwar folgendes. Nick hat, keine Ahnung warum er das gemacht hat, Nick hat ein 400 Abo Special vorbereitet, dass dann, sobald die 400 Abo Special released sind, natürlich was logisch ist, sobald dann freigeschaltet wird. Und ich soll euch schon mal sagen, freut euch drauf, es ist cool, ich hab mir schon mal was angeguckt, ihr werdet es mögen. Und das war eigentlich schon alles, was ich dazu sagen wollte, aber damit der Video noch ein bisschen länger wird, möchte ich euch mal fragen, was habt ihr denn alles zu Weihnachten gekriegt? Ich weiß, es ist jetzt eine blöde Frage, aber schreibt doch einfach mal rein, was euer bestes Weihnachtsgeschenk war. Und ansonsten möchte ich nochmal an die ganzen Spasten in meiner Klasse grüßen, Clemens, Halt dein Maul, du bist fett, du bist hässlich, du gehst mir auf die Eier. Cheerio.